Wow, der müsste ich auch gerne mal vorgestellt werden. Ja, bestimmt eine von den obersten 10.000. Jups, die erinnert mich an Miggi Franschling. Wir präsentieren die Miss-Uberan des Monats-Juni. Jeden Monat wird eine kritische Joggle zum Miss-Uberan-Monats-Gewicht. Sie muss treff sein und ein ganz normales Mädchen. Und das Wichtigste von allem, sie muss die U-Bahn mit uns tun. Es gibt 5.683.765 Frauen, die täglich mit der U-Bahn fahren. Und welch glücklichen Mädchen wird in diesem Augenblick das Ehrenfreund schickt, ein total einer Herzen, eine Jaten, eine Jaten, eine Jaten und so meiner Jaten. Wer? Ich? Ja, sie. Ivy ist ein häuslicher Typ. Ivy ist ein häuslicher Typ. Ich? Oh Gott, zieht sie gerne durch die Lokade her. All Society! All Society! Untertitelung. BR 2018 Sie studiert Gesang und Palette in der Carnegie Hall und hat reiche Museen für moderne Kunst. Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Aber natürlich wird am Ende eines jeden Monats wieder eine neue Miss-U-Bahn gewählt. Und wenn das geschieht... Oh nein! Oh Gott! Oh! 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 Das ist das Mädchen für mich, Jungs! Ich will Sie heute noch kennenlernen! Aber gehen...